Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir gehen jetzt da mal durch die Tür und mal sehen, was ihr erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht herausfinden, aber wir machen es einfach. So, schauen wir mal da raus. Was haben wir denn da? Ich glaube... Ist ja interessant, dass unser Schatten... Ach nee, das sind unsere Waffen. Okay. Ich dachte nämlich gerade, wo wir hier gestanden waren, dass ich da hinten einen Mädelsschatten gesehen habe. Also, ein Schatten von einem Mädchen. Aber anscheinend nicht. Habe ich mich getäuscht. Mir gefällt das hier nicht. Juhu! Munition! Schon gedacht, man kann sich da drin verstecken. So, dann gucken wir mal. Ein Kartenfragment! 21. Können wir da drauf an? Nein. Quatsами da? Uh, grünen Glabber! Plörre! Schmörre! Schmörbe-blorblor. Wie willst du es eigentlich nennen? Gib mir doch mal einen Kommentar ab und dann werde ich es ab sofort so nennen. der Name mit den meisten... Ja, der Name, der am meisten vorkommt, den nehm ich dann. Vorne sind welche. Jetzt kann man nicht... Nicht im Zielen... Äh, im... Im Schleichen zielen. Was ist der für ein Arsch? Ich glaube, jetzt ist er weg. Guck, guck. Hallo? Ist noch jemand da? Was haben wir denn da oben? Ach, das ist wieder die Schwarzhaarige. Das Poster von der Schwarzhaarigen. Ich glaube schon, das drückt uns jetzt, weil wir zu langsam sind. Hm. Schön umgucken, schön umgucken. Aber ich kann ein bisschen schneller laufen, ja. Alter! Willst du mich verkackeiern? Los, 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 los! Ups! Haben sie es zugemacht? Ich glaube es ja nicht. Was haben wir hier? Saufen, saufen. So ähnlich sieht es bei mir auch aus. Aber nur so ähnlich. Nur, dass bei mir der PC unterm Tisch steht. Und ich einen ganz anderen Monitor habe. Und eine ganz andere Tastatur. Oh, ein Midi-Pack. Wer nicht weiß, was ein Midi-Pack ist in dem Game. Das füllt unsere Herzen auf. Oder unsere Lebensenergie. Plus ein bisschen mehr. Aber hat Nebenwirkungen, wie wir sind erstmal ein bisschen benommen. So ähnlich wie wenn wir bekifft sind. Würde ich mal sagen. Oh, voll. BAM! Hallo. Bleib mir weg! He-Heh. Drauf gestiefelt. Wegt sich da vorne was? Ich glaube, der kommt auf mich zu. Ich glaube, der kommt. Ne, es klingt eher als würden sie... Als wären es mehrere, die gegen den Zaun hämmern. Den muss ich aber gleich erledigen. Sonst kommt der hier vielleicht noch durch. Kann ich den einfach anzünden? BAM! Hallo. Scheiße. Weg. Da ist auf jeden Fall was Blaues. Warum leuchtet das Blau? Das ist blaues Licht und es leuchtet blau. He-He-He. Blöder Witz. Bevor ich hier durchgehe, möchte ich mich erstmal umgucken. Eins. Der kommt hier wahrscheinlich nicht hoch, oder? Kommst hier nicht drüber. Komm noch mal. He-He-He. Kommst hier nicht drüber. Kommst hier nicht drüber. Ach, jetzt hat er aufgegeben. Ne, hat er nicht. Jetzt hat er aufgegeben. Ist das da ein... Ne. Ich hab grad gedacht, das ist vielleicht irgendwie ein Kanister oder sowas. So. Hände ist auch noch einer. Guck nicht so. Ich weiß grad nicht, ob das eine gute Idee war, mit der Waffe zu schießen. Gerade die, die uns den Arsch gerettet hat, bei dem anderen Vieh. Hm, wir kommen also hier hoch. Aber nicht da drüber. Okay, da ist noch einer. Da ist irgendwo noch einer. Schauen wir doch mal da vorbei. Ah, okay. Der frisst da hinten. Der hat aber einen Helm auf. Versuchen wir es doch mal andersrum. Hallo? Achso, das ist zum Anzünden. Ich dachte schon, wir können was looten. Loot, 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 loot. Geht das auf? Mann. Ah, ich seh da was. Ich seh da was. Dadurch, dass wir die anderen hier weggeräumt haben, können wir hoffentlich... ...hoffentlich... ...einfach da durch... ...und den von hinten meucheln. Komm, leise. X, 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 X. Ah, dann brenn halt. War ich zu langsam? Mann. Aber nicht so schlimm. Wir haben nur eine abgekriegt. Naja. Eigentlich ist das ja schlimm. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was zum Sammeln. Machen wir dann. Da ist nichts drin. Da haben wir ein bisschen Schmodder, Plörre, wie auch immer. Grünen Glibber. Und dann haben wir hier nichts mehr. Oh, da hinten liegt noch was. Da gehen wir hin. Oh, da liegt auch noch was. Da gehen wir auch hin. Oh, die sind voll. Munition. Oh, da ist grüner Glibber. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, den haben wir hier geschossen. Äh, erschossen. Genau. So, wenn wir jetzt da hochgehen... ...kommen wir da... Ist da oben was? Ja. Ich glaube, da oben wäre es cool. Ich glaube es aber nur. Aber wie kommt man da hoch? Also da ist auf jeden Fall eine Tür. Über die Tür kommt man hier runter. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir da drauf schließen. Nein. Da kommen wir aber so nicht rüber. Ja. Und wenn wir da rauf gehen, weiß ich auch nicht, ob es das was bringt. Aber wir probieren es mal. Woanders geht es ja auch nicht lang. Oder ist da eine Tür? Nee. Hallo? Aha, wir können uns hier ducken. Nee, es bringt auch nichts. Komm, du kommst doch da hoch. Da käme sogar ich hoch. So. Da ist ja eine Tür. Heh. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das ist ein Plakat oder so. Aber es ist komisch, dass wir da nicht hochkommen. Hm. Okay, egal. Wir gehen weiter. Hallo. Wer mag kommen. Bam. Guck mal. Brennt es gleich. Hihihi. Bam. Du auch. Ja. Jetzt haben wir einen Weg gefunden, ne? Habt ihr was fallen lassen? Ja. Meine drei Schuss, die ich gerade versemmelt habe, sind wieder da. Wir nehmen wieder die Pistole und gucken mal. Okay, wir haben ja hier einen schon erledigt. Ach, die standen hier. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Hallo. Stehst du auf? Stehst du auf? Was ist das? Was ist das? Hey, was ist das? Liegt doch was. Nimm es doch jetzt. Ah. Altmodischer Schlüssel. Ein Schlüsselboden von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Oh. Alter. 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 Bam. Bam. Ihr brennt alle. Nein, 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 nein. Komm, brenn. Mist, Kerl. Alter. Alter, jetzt stand da einer mit der Uzi oder was? Ich weiß gerade nicht, wo die drüber gehen. Da sind welche, da sind welche, da sind welche. Hallo. Hallo. Einmal. Alter, lass mich. Lass mich. Komm, komm, komm. Wir brauchen eine Spritze. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Geh weg. Alter, ich hau doch. Hm. Och, das ist doch fies. Viel zu viele, Leute. Ladezeit 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 Wieder alles machen Naja gut, wir sind zwar erst bei 16 Minuten Aber Ich habe gerade keine Lust mehr Es tut mir leid Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Wenn wir das dann hier schaffen Und Ja, ich sammle in der Zeit Und mache noch kurz was ein Genau Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Wenn wir das eben schaffen, wie schon gesagt Und ich lasse mir was einfallen Und ich warte mal ab Ob Äh Ach ja, genau Schreib mir in die Kommentare, ob es dich stören würde Wenn ich den Schwierigkeitsgrad verringere Oder Ja Oder ob du es gerne auf schwer lassen würdest Aber ich sage dir eins Wenn es auf schwer ist, dann brauchen wir bei manchen Stellen ewig Wie du ja schon bei diesem komischen Mutanten In dem Parkhaus gesehen hast Und auf leicht Ich weiß nicht, ob es besser wird Aber man sieht halt Wenn man gesehen wird Und Ja Das war es jetzt erstmal soweit von mir Danke fürs Zusehen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Tschüss Tschüss Tschüss